Hallo und herzlich willkommen auf unserem heute am 3. Dezember 2017 errichteten Kanal Soos und Flo. Also das sind halt erstmal ich, ich bin Soos, Flo ist der Herr der Kamera, das ist mein Freund und genau, also ich bin 22 Jahre alt, Flo ist 24 Jahre, wird noch 25 dieses Jahr und der Kanal soll halt eigentlich, wie auch unser Profilbild schon zeigt, dafür da sein, dass wir unseren baldigen neuen Mitbewohner vorstellen und wie ist es Zeit mit ihm zusammenzuleben, wie so die ersten paar Monate sind, die ersten Schritte bei uns und genau, ja und zwar überlegen wir schon sehr, sehr lange, ich glaube ich muss mal anders anfangen, also wir beide kommen aus Sachsen und sind eben jetzt hier nach Nürnberg gezogen und wohnen hier in einer großen Wohnung ziemlich dörflich mit ganz viel Feld, Wiesen, Wald, eben alles was so zu einem guten Hundebesitzer dann eben auch mal dazu gehört und haben schon seit zwei Jahren unsere Katzen, das sind zwei British Kurzhaar-Mädels und eine ganz normale Hauskatze und eben schon richtig, richtig lange wollen wir uns eben auch einen Hund kaufen und haben da eben auch sehr lange hin und her überlegt, ob wir uns das leisten können, wie wir das zeitlich auch schaffen und genau und jetzt sind wir eben zu einem Entschluss gekommen, dass wir eben uns für einen Hund entschieden haben und waren dann eben jetzt einen Hund anschauen gewesen und haben uns dann eben für unseren kleinen neuen Mitbewohner entschieden, der dann Stichtag 28.12. bei uns einziehen wird, wir freuen uns schon total und genau, es ist ein schokoladenfarbiger Labrador, er ist jetzt gerade fünf oder sechs Wochen alt, genau und wenn wir ihn bekommen, ist er halt ein bisschen was über acht Wochen und wir sind halt jetzt auch gerade dabei, ganz eifrig Futterpläne schon zusammenzustellen, weil wir auch gerne barfen wollen und eben die Welpenerstausstattung haben uns zuzulegen und sind gerade total baff, dass wir eben diesen Hund bekommen und können unser Glück irgendwie noch gar nicht fassen. Genau und jetzt werde ich euch auch erstmal den Sinn von dem heutigen ersten Video erzählen und zwar schwanken wir bei der Namensauswahl für unseren neuen kleinen Racker. Wir haben uns halt zwei Namen ausgesucht und finden beide irgendwie total cool und heute haben wir uns auch immer schon wieder umentschieden und deswegen fragen wir jetzt einfach mal euch, welchen Namen ihr halt besser findet und das könnt ihr dann halt auch in den Kommentaren vielleicht auch schreiben, welcher vielleicht besser klingt oder welcher euch halt besser gefällt. Welchen wir letztlich nehmen, das ist natürlich noch unsere Entscheidung dann, aber wir wollten halt mal so eine kleine Abstimmung da eben machen. Also der erste Name, der zur Auswahl steht, das ist Hans. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Keine Ahnung, ne, du auch nicht. Ja, irgendwie Hans halt und Olaf, weil wir den von der Eiskönigin so süß finden und so quirlig. Da haben wir uns vielleicht gedacht, vielleicht könnte das auf unseren neuen Mitbewohner passen. Ich sehe auch gerade auf der Handyhülle den Olaf. Mein Freund hat nämlich letztes Jahr zum Geburtstag eine Olaf-Handyhülle von mir bekommen. Die sehe ich jetzt gerade. Genau. Und ja, also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ja vielleicht mal sagen, was euch besser gefällt und ja, das halt einfach mal vielleicht schreiben. Also, das soll jetzt mein Schlusswort vielleicht schon sein. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt unser erstes Video. Mal sehen, wie das Ganze anläuft. Keine Ahnung. Ähm, wir werden euch dann auch immer mit Videos versorgen, wo ihr dann auch mal unseren kleinen Olaf-Hans auch mal seht. Und ähm, ja, genau. Das wäre das Wort zum Sonntag. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Tschüss!